Kein Dach überm Kopf, aber einen schicken Wagen. Mieten Sie unsere Cabrios ab 39 Euro pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Auf eine einsame Insel würde ich mitnehmen? Ein Fußball. Diese Sportart finde ich gar nicht mal so schlecht. Hockey. Bayern oder Dortmund? Bayern. Mein Lieblingsessen ist? Döner. Mit eine Million Euro würde ich mir ein neues Auto kaufen. Das wollte ich schon immer mal in die Kamera sagen. Mama, ich hab's geschafft. Der faulste Mitspieler ist? Sunny Aranjan. Frauen und Fußball? Nein. Dieser Mitspieler ist der nervigste? Mein Trainer Muth. Diesen Tabellenplatz erreichen wir in der nächsten Saison. Erster. Weit unter Tarif bezahlt, mault aber nicht. Mieten Sie den Vito für nur 6,90 Euro pro Stunde bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Untertitelung gets Bis zum nächsten Mal.